Hallo und herzlich willkommen bei Virtus.grüß in einer neuen Folge Creative Wars. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Und wir sind immer noch daran, da unten zu bauen. Deswegen flutschen wir da gleich mal wieder hin. So, wo ist hier der Ausgang? Mal weg. Machen wir so. Ich hätte da so eine kleine Idee. Dazu müssen wir das hier natürlich so zu machen. Aber ich glaube das könnte cool aussehen, wenn es fertig ist. So, hier haben wir ja noch ein bisschen. Hier haben wir auch noch mal Glas ran. Das würde halt nicht runterfallen. Und uns verbrennen. Kommen wir da hin. Ja, so. Hier hin. Kommt hier auch Glas. Ne, da noch nicht. Hier haben wir es schon. Natürlich aber hier muss noch einer hin. Ähm. So. Und Glas drüber. Sodass es so aussieht, als ob man da drauf fällt, ne. Wir haben jetzt natürlich keine Platten mehr. War jetzt natürlich auch nicht so intelligent, dass wir uns da keine Werkstation mitgenommen haben. Also hier sowas. Schade eigentlich. Ach doch, guck mal hier. Ah ne, das ist Stein. Hm. So. Hier haben wir noch mal ein bisschen davon. Das ist immer noch mehr. Wahnsinn. Jetzt habe ich eine Fackel. Das war es jetzt aber, ne. Die Diamanten sind mir jetzt erstmal wurscht. Aber so ist in Ordnung. Okay. Es geht voran, es geht voran. Und hier sollen jetzt halt noch ein paar Gebäude, also was heißt Gebäude, aber im Außenbereich entstehen. Genauso natürlich wie hier drüben. Ich überlege gerade. Was seid ihr da denn davon? Was seid ihr da denn davon? Eigentlich auch cool, oder? Ja, oder auch nicht. Ich glaube, da nehme ich doch lieber auch Eisenplatten. Aber das heißt leider, dass wir hier uns irgendwie nach vorne arbeiten. Da kommt schon das erste Vieh wieder angetrappert. Ich glaube, ich werde mich hier erstmal ausbreiten. Hier kommt auch irgendwo was. Zwei. Komm zu Daddy. Ihr kennt mich alle. Okay. Okay. Da hast du Ferne. So. Und nicht hier oben. Da. Da kommt einer fest. Oh nein. Fug. Okay. Überreaktion. Schitte. Okay. Das hätten wir jetzt gar nicht machen müssen, aber wir müssen definitiv zurück. Wo ist denn der Handschuh jetzt schon im Arsch? Ich habe das gar nicht beobachtet. Das muss ich ehrlich gestehen. Ich hoffe, ich habe alles da. Für einen Lumit-Handschuh. Klinge. Was brauchen wir denn? Ja. Kaktus könnte schwierig werden. Wir müssen gucken. So. Was wollte er haben? Zwei, soweit ich weiß. Zwei davon. Dinkster. Zwei... Irgendwas... Oder war das hier. Jawoll. Wie viele? dann brauchen wir zehn davon jetzt muss man kurz überlegen wir das mit dem trick zeigen so das war es eine kaktus blümchen jawohl perfekt alles da was wir brauchen direkt erstmal wieder den fetten handschuh so was wollte ich noch tun wo ich schon mal hier bin so ein ding holz stone 1 2 3 5 6 macht und lian 2 jawoll dass man sowas nur baut ne mit so alten materialien da muss man echt erstmal gucken hat man das noch irgendwo rum spielen aber eigentlich schon da haben wir die nämlich auch dabei gucken wir mal ob wir hier noch ein paar platten gemacht hatten na warum nicht so die hatten wir soweit auch alles wichtige in eisen mitgenommen dich kann man noch mitnehmen ja sieht gut aus ich muss mir auch noch eine beleuchtung einfallen fällt mir gerade ein was haben wir denn hier so noch am start ich glaube wir nehmen wir die mit leben haben wir auch nicht mehr aber da wo wir schon mal da sind pilze habe ich am mann seit das effektivste schnellste essen antifeuer ist mir zu teuer so pilze hier und wieder zurück sind wir die letzten tage noch nicht oft genug und dann habe ich da keinen bock mehr drauf das ist jetzt schon das ding ist das ist vor allem ganz schön weg ne das ist hier da ist das schiff kommt schon gut strecke zusammen irgendwann müssen wir den turmallaut durchbauen also haben wir wirklich noch viel vor uns und zwar hierhin die dauern vor allen dingen so lang ich habe wieder zwölf slaps frei und das ist schon mal gut was willst du denn was ist heute los menu so komm gleich nochmal wenn er fertig geladen hat so wieder ab in die u-bahn ach mensch ey aber die rüstung ist immer noch grün das ist schon mal gut sie hält sich tapfer sie hält sich tapfer ja auch noch ja ich auch noch nicht reingeguckt will ich auch noch nicht ehrlich gesagt rückwärts fahren wie lustig und ja 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 Noch wer? Nein. Der ist jetzt weg. Der war auch nicht gut. So, jetzt müssen wir hier natürlich wieder einen neuen hinsetzen. Wie kommen wir denn da jetzt am besten ran? So, man sieht ja immer so viel. So, Glas hier vorne. Das ist schon cool. Na, da ist kein Glas. Glas, Glas, Glas. Okay, das passt so. Man soll es halt mit Vorsicht genießen. Jetzt können wir hier mal zumachen. Da brauchen wir jetzt auch noch einen. Es wird auch nicht der letzte gewesen sein, aber damit das hier mal dicht ist, wir haben ja einen schönen Übergang hinbekommen. Guck mal, da geht schon los. Hätten wir eigentlich auch alle mitgehen können. So. So. Jack. Ich muss sich gucken. Hmm. Hmm. Eigentlich reicht ja auch hier. So. Und wenn ich dann... Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Da bringt es ja hier jetzt auch nicht so viel, ne? Ich habe ja noch ein bisschen... Jetzt habe ich die roten Lampen noch. Ich muss mal prüfen. Korrekt. Jetzt setze ich einfach mal hier so nochmal hin. Gucken wir mal so. Quasi der Zwischengang. Ja, hier muss auch noch mal weg. Aber hier werde ich glaube ich nur so machen. Hat doch was. Und dann kann hier quasi der nächste Raum oder der nächste Abschnitt entstehen. Schon gefährliches Pflaster. Also, jetzt ist nur die Frage, wie... Wer will? Wer will? Wer will? Du willst. Ich sehe es hier hinten, wie sich... Ja, wir brauchen die Eisenplatten für den Fußboden. Das ist... Da kommen wir leider nicht drum rum. Oh, ich habe... keine Kohle. Oh. Achso. Weil, äh... Ist ja gar kein Ofen. So. Wir brauchen keine Kohle verbraten. Wir haben ja hier... ein wenig Material hier. So. Wie gesagt, hier Fußboden. Ich würde schon quasi gern bis vorne hin... Ich würde schon quasi gern bis vorne hin... ... ... ... ... ... ... Ich ми so, ich kann direkt mich an die Lava... ... ... Da muss ich sagen, ist schon cool. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen abbauen. Wir haben eh Zeit. Denn bis das da alles fertig ist... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das da war. Besser. Ja, das sieht nach mir aus. Wenn da eine Fackel ist, muss ich... Oh, ich brenne. Hilfe! So, ein bisschen aufs Eis. Kurz ausruhen. Jetzt hätte ich mir doch welche machen sollen. Ja, das ändert sich ja später auch, sobald man das alles fertig hat. So. Das sieht schon fett aus. Wenn wir jetzt da reinfallen, haben wir ein Problem. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch. Schon geil. Ja, ich muss mal was probieren. Nochmal hoch. Wir haben ja eh noch ein bisschen Abwartzeit. Guck mal, ob die was geworden sind. Ups, falsch. So. Das ist schon wieder irgendwo so ein Vieh. Dann kann ich mich hier unten später züchten. Eine ganze Farm. Opa. Mal step by step hier alles dicht. Ich überlege ja noch, ob ich noch ein bisschen was von diesen Lavasteinen, äh, mit der flüssigen Lava drin nutze. Ich glaube, ich finde die hier ganz cool. Die hier mal so ein bisschen mit einbaue. Einfach so, wo wir es können, ne? Kostet uns zwar genauso viel Material, aber egal. Und bis dahin. Ist jetzt nicht besonders schön, aber auch nicht sehr hässlich. So, wie weit bist du? Vielleicht ändere ich das nochmal. Weil ich finde den Metallboden eigentlich ziemlich schick, so. Ich würde sagen, wie gesagt, wie weit gehen wir denn hier? Ruhig nach links und rechts, oder? Ich würde denn hier quasi... Das ist mal so. Wir müssen ja auch nur das zubauen, das wir auch wirklich nicht beanspruchen. Hier habe ich jetzt so weit gemacht. Und hier habe ich so weit gemacht. Das ist ja schon wieder Kacke. Fehlt also eine ganze Reihe. Dann muss ich nämlich hier hin. So. Dann geht das nämlich auch klar. So, hier vorn noch welche. Und die müssen tauschen. Und hier auch. Immer da. Und dann mal da. So. Und hier ein bisschen Gitter. So, finde ich cool. Ich ruck jetzt hier mal noch ein bisschen was raus. Und wir müssen ein bisschen Luft nach oben haben. Weißt ja, ist ja alles luftleerer Raum hier. Und hier werden wir später auch... Hier werde ich glaube ich echt zubauen. Denn das gefällt nicht. Vor allem nicht, dass das da so vorscheint. Das ist doch schon besser. Gut, die Ecke da, das ist wieder eine andere Geschichte. Um die wir uns dann aber auch erst zu gegebenen Zeitpunkt kümmern werden. Na, das ist schon wieder der Falsche. Ja, ich finde, das hat schon was. Hier mal so. Als Stabilisatorin. Das hängt ja hier alles quasi in der Schwebe. Hier dann quasi. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, genau. Und hier geht es dann einfach durch. Quasi in Raum Uno. Raum Des. Mit Tür denn natürlich. Wo ich das auch so schön offen finde. Muss ich ja zugeben. Da kann ja auch so ein Rundgang sein oder sowas. Weiß ich noch nicht mal gucken. Da haben wir ja echt noch freie Auswahl. Auf jeden Fall muss ich hier hoch. Und das hier zu ist. Oh. So. Ist jetzt halt nicht gerade hell. Aber so eine Lampe hier ist auch nicht so schön. Aber was haltet ihr? Noch haben wir ein bisschen Leben übrig. Jetzt ist ganz lustig. Ich überlege gerade. Was ist denn? Kann ich wirklich da so hinzimmern? So ganz indirekt. So jetzt wieder die Platten nehmen. Oder? Ich meine das von hier, das siehst du ja gar nicht. Und es ist hell. Auch ohne Lampe. Hier runter. Das funktioniert so wahrscheinlich nicht. Nicht damit zumindest. Lampe und Lava. Nee. Kann man es auch gleich so lassen. Nee, aber so finde ich das ganz cool. Und ich fange schon wieder an zu brennen. Ich würde sagen, wo wir schon mal hier sind, ist das der perfekte Zeitpunkt, um ein Päuschen zu machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es ruhig runter in die Kommentare, was ihr hier von meinem freien Fall in die Lava behaltet, ist echt tief geworden, aber cool. Und ich denke, wenn das unten fertig ist, wird das auch ganz schick aussehen. Bleibt dabei, seid gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.